blue bella ach du scheiße von wegen blaues korazon und bella als weiblicher name blue bella ganz ehrlich maximus lp ich finde ihn auch nicht mal so schlecht einfach weil er ist einfach scheiße aber die r leitung ist eigentlich nicht schlecht muss man dazu sagen muss man wirklich dazu sagen nicht schlecht undertaker nicht schlecht viel glück auf jeden fall shiny psiana sage ich nur ja gut shiny psiana der richtig krasses grün shiny allah bis dahin nach mir und diese grüne saure schlangen ja auch die sind so gut ja ja perfekt ja geil shiny korazon noch mal um 30 encountern sehr schön sehr sehr schön ok also tauchball holi viel zu schnell soll ich noch mal wiederholen soll ich noch mal wiederholen warte 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 was kann korazon moment korazon ist auf level 35 was kann korazon auf level 35 ausdauer felswurf eisenabwehr dornkanone ok gut da bin ich da schon mal sicher und ich habe vor einer sekunde gesagt dass ich kurz aus essen gehe shiny war wohl dagegen scheint so und wir werden auch noch gleich ein drittes fangen das sage ich dir jetzt schon aber erstmal werden wir panda faust mal reinschicken finale bestimmen zum glück nicht hario zum glück nicht machen wir natürlich bei dem substitut also noch mal drugschlag So, jetzt können wir nochmal einen Tauchball werfen. Oder, ah, ich hätte auch einen Netzball werfen können. Naja, gut, ist ja auch egal. Jetzt musst du es Blue Bella nennen. It's so pretty. It's so blue. So, dann nennen wir das Ganze nochmal Blue die Blaue Bella. So, und dann könnt ihr mir mal wieder Vorschläge machen fürs Wesen. Wobei, wir machen mal kurz Back-to-Back. Komm, Back-to-Back. Vielleicht bringt es ja was. Okay, kein Back-to-Back. Schade. Das wäre halt richtig cool, wenn da plötzlich nochmal so ein Shiny auftaucht. Scheu, ruhig, mutig, hart, sanft, froh. Mastig. Kühn, froh, lasch. Still. Pfiffig und mäßig. Hm. Mäßig. Thill. Schauen wir uns doch mal gerade eben an, was Blue Bella denn für Werte hat. Überdurchschnittliches Potential. Spezialangriff. Hm. Schon mal nicht schlecht. Schon mal nicht schlecht. So, dann wechseln wir mal das Octillery zu Corazon. Corazon. Und spielen mal mit dem Corazon. Ob, ich sollte mal kurz... Ja. So. Hi. Ja. 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 Bitteschön. Ja. Ja. Was passiert, wenn ich jetzt hier mache? Okay. Cool. Cool. Gefällt mir. Pfiffig, mäßig, robust, hart. Okay. Ich sollte noch mal kurz das hier wegschalten. Dankeschön. Und bewegen. Still. Wer hat Still gesagt? Benny Shiny 2? Richtig geraten. Nice. Was macht Still eigentlich? Still macht, glaube ich, Spezialverteidigung. Ja, genau. Damit kann ich eigentlich leben. Ah, ist halt Übereifer. Okay. Okay. Still und sehr neugierig. Daniel 27 spielt mit einem Stein. Noch bin ich 26. Noch bin ich 26, ja? So. Witten wir uns im nächsten Shiny. Hoffentlich. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.